Mit X-Services bietet Ihnen INDEX ein Rundumpaket an, um Ihre Maschinenverfügbarkeit zu erhalten und Ihre Prozesse zu sichern. Wir haben unser Kundendienst- und Dienstleistungsangebot reorganisiert und für Sie erweitert. Maschinenstörungen können Sie nach wie vor bequem, telefonisch oder über unseren Ticketmanager bei uns melden. Hochqualifizierte Techniker in unserer Service-Hotline stehen Ihnen mit großem Know-how, Kompetenz und Zuverlässigkeit zur Verfügung und beheben rund 50 Prozent der Störungen direkt mit Ihnen am Telefon oder über Remote-Zugriff. Um vorzeitige Maschinenstillstände zu vermeiden und somit die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen zu erhöhen, bietet INDEX den Maschinencheck an. Die Zustandsanalyse für sichere technische Verfügbarkeit. Beim Maschinencheck werden nach genauen Vorgaben komplexe Baugruppen, Antriebe sowie Werkzeuge auf Ihren Ist-Zustand überprüft. Das Ergebnis fassen wir in einem Protokoll zusammen. Somit haben Sie gezielt die Möglichkeit, die Wartung, Überholung oder Reparatur der Maschinen mit Ihrem Fertigungsprozess abzustimmen. Um Maschinenstillstände durch vorbeugende Wartung bereits im Vorfeld zu vermeiden, bietet Ihnen INDEX mit X-Services Planungssicherheit, individuelle Wartungsvereinbarungen und Wartungsintervalle auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Bei der INDEX-Wartung werden beispielsweise sämtliche Verschleißteile, Filter und Betriebsstoffe nach Herstellervorgaben getauscht. Komplexe Baugruppen und Antriebe überprüft, Nullpunkte und Schaltungen eingestellt. Auf Kundenwunsch überprüfen wir die Maschinengeometrie und stellen diese nach Bedarf ein. Die Wartungsergebnisse fassen wir für Sie detailliert in einem Protokoll zusammen und geben Ihnen zusätzliche Empfehlungen für weitere Optimierungen. Auch unsere Maschinen unterliegen nach jahrelangem harten Einsatz einem gewissen Verschleiß. Hier bietet Ihnen INDEX mit der Teilüberholung eine professionelle Überholung für Spindeln, Werkzeugträger oder weitere werthaltige Komponenten an. Um die Produktivität und Werterhalt Ihrer Maschine zu steigern, bietet INDEX im Bereich Refit auch die Komplettüberholung Ihrer Maschine an. Natürlich in Herstellerqualität. Bei einer Komplettüberholung zerlegen wir die Maschine in Ihre Bestandteile und bauen sie von Grund auf mit originalen Ersatzteilen wieder auf. Auf Kundenwunsch wird eine Steuerungshochristung durchgeführt. Hier erhalten Sie die hundertprozentige Gewissheit, dass die gleichen Qualitätsmaßstäbe wie bei Neumaschinen angewandt werden. Für alle ausgeführten Arbeiten bieten wir zwölf Monate Gewährleistung. Um nach dem Umrüsten den optimalen Fertigungsprozess für Ihr neues Werkstück zu gewährleisten, unterstützen unsere Technologen Sie gerne mit ihrem Know-how beim Einrüsten neuer Bauteile und Werkstücke, um somit für Sie Rüstzeiten und damit den Maschinenstillstand zu reduzieren. Um die Produktivität und Prozesssicherheit sowie die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen zu steigern, ist es wichtig, gut ausgebildete Mitarbeiter zu haben. Unser Schulungsteam bietet für Ihre Mitarbeiter in unseren Schulungsräumen oder bei Ihnen vor Ort hochqualifizierte Kurse zur zielgerechten und praxisorientierten Aus- und Weiterbildung. Zusammengefasst bieten wir Ihnen mit X-Services Erhalt der Prozesssicherheit und Verfügbarkeit zur Vermeidung ungeplanter Ausfälle, Erhöhung der Maschinenlebensdauer und somit den Werterhalt Ihrer Maschinen, erfahrene und hochqualifizierte Servicetechniker, Know-how und Kompetenz direkt vom Hersteller. Alles aus einer Hand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017